Warum bewegen sich Menschen mit einer infantilen Zerebralparese unkontrolliert? Menschen mit infantiler Zerebralparese, ICP, können unkontrollierte Bewegungen zeigen, weil das Gehirn in der Entwicklung beeinträchtigt ist. Die infantile Zerebralparese ist eine Gruppe von Störungen, die das zentrale Nervensystem betreffen und zu motorischen Beeinträchtigungen führen können. Die genaue Ursache der infantilen Zerebralparese ist nicht immer bekannt, aber sie tritt in der Regel aufgrund einer Schädigung des sich entwickelnden Gehirns während der Schwangerschaft oder früh in der Kindheit auf. Ich bekam bei der Geburt zu wenig Sauerstoff. Diese Schädigung kann verschiedene Bereiche des Gehirns betreffen, die für die Motorik, die Muskelkontrolle und die Koordination verantwortlich sind. Die unkontrollierten Bewegungen, die bei Menschen mit infantiler Zerebralparese auftreten, werden als Spastizität bezeichnet. Dabei handelt es sich um erhöhte Muskelspannung und unbillkürliche Muskelkontraktionen, die zu steifen oder übermäßig steifen Bewegungen führen können. Dies kann dazu führen, dass sich die Muskeln unkontrolliert zusammenziehen oder sich nicht richtig entspannen, was zu unkoordinierten Bewegungen führt. Die Art und Schwere der Bewegungsstörungen können bei Menschen mit infantiler Zerebralparese variieren. Einige Menschen können Schwierigkeiten haben, ihre Muskeln zu kontrollieren und ihre Bewegungen präzise zu steuern, während andere möglicherweise unkontrollierte Zuckungen oder Fluktuationen in der Muskelspannung haben. Es ist wichtig anzumerken, dass nicht alle Menschen mit infantiler Zerebralparese unkontrollierte Bewegungen haben. Die Symptome können je nach betroffenen Hirnregionen und Schwere der Schädigung variieren. Die Behandlung der infantilen Zerebralparese konzentriert sich in der Regel darauf, die Symptome zu lindern, die Mobilität zu verbessern und die Lebensqualität der betroffenen Personen zu erhöhen. Die Behandlung der Zerebralpare